Oh mein Gott, die Aufnahme-Session geht immer weiter. Das ist jetzt glaube ich schon eine, boah, keine Ahnung, Part 4, den ich in der Kette aufnehme, das ist selten für mich, sehr selten. Aber ich mach's einfach, mal auf die Uhr guckt, ganz vorsichtig links nebenbei, uuuh, geh weg. Natürlich renne ich trotzdem rein. Fail. Och, wie süß, ne kleine Fledermaus, die ist doch leider drin. Obwohl ich glaube, hier waren ziemlich heftige Monster drin, ne? Äh, ja, nicht wirklich eigentlich. Mal gucken, was dir Damage macht. Flap, oh, 36, das willst du also haben, ja? Och, sechste ist aber eine Ahnung. So, komm hier nochmal, wir die Melius ausprobieren. Bringt der was? Ui, 56 Critical, das fand ich ganz so viel wie der Vermilius, der rote Zauber, what the fuck? Die Namen sich alle merken, ist ja... Haldrio, sieh nur, da sind sie! Wir sind hier unten! Ausländer, die klauen unser Drachen, viel voll mies. Ha, zum Glück ist das jetzt überstanden. Noch nicht ganz, wir müssen schließlich noch nach Gryffindor zurück. Ist ja easy going. Du hast Norbert sicher zum Tum gebracht, du bist erleichtert und dir wird klar, dass es am Morgen im Sammelfein eine neue Kartenkombination geben wird. So, und dem einen oder anderen Spielkeller wird schon auffallen, wir haben keinen Umgang mehr, what the fuck? Das Creepy ist, ich weiß ja schon, was passiert und er ist auch noch in unserem Inventar, wenn ich mich richtig erinnere. Hallo? Nein, er ist nicht im... Er ist nicht im Inventar! Oh mein Gott! Aber wir haben keinen Umhang mehr. Aber gut, wir müssen ja schließlich eigentlich nur zurück nach Gryffindor, das ist ja nicht so weit. Das sollte doch machbar sein. Wow, das wollte ich euch mal zeigen, da kann man tatsächlich ins Astronomie-Dingen reingucken und alter, das sieht so episch aus. Ich würde so gerne mal so durch ein richtiges Fernrohr gucken, das sieht bestimmt total episch aus. Wer weiß, vielleicht hat es der ein oder andere schon von euch ja schon mal gemacht. Also jetzt hier nicht so ein Fernguckenrohr, was man manchmal irgendwo als Touristenattraktion sieht, wo man so ein 50 Cent drinsteckt, und kann dann da für ein paar Sekunden durchgucken, das ist ja nur ein paar Meter. Ein paar hunderttausend Meter oder was das sind, keine Ahnung. Bin da echt nicht so erfahren. Aber so natürlich ein richtigen Sterne-Kucker-Glas-Würdig. Also guckt euch das riesen Ding an, da kann man schon wissen, wie weit kicken. Den Nachbarn kannst du auf jeden Fall in den Ausschnitt gucken, das ist schon mal toll. Spionage-Inspektionsgerät für Dumbledore, ne? Alte Knacker sind immer versaut, das ist irgendwie so ein Klischee. Badeldum, Badeldum, wir kriegen mal ein nächster Level. Aber ungegessen haben wir keinen Umhang mehr. Und irgendwie ist der hier auch weg. Ich kann ihn hier nicht aufheben, ich drücke gerade die ganze Zeit A in der Hoffnung, um was aufzuhalten. Weil ich weiß ja, was gleich passiert. Hermine, ich hab meinen Tarno-Mang oben im Turm vergessen. Oh, fuck! Jetzt hab ich euch erwischt! Oh, oh... Mr. Filch hat euch im Astronomie-Turm gefunden! Harry, ich habe versucht, dich zu warnen. Malfoy erzählt, du hättest einen Drach... Psst! Du hast Malfoy eine Geschichte mit einem Drachen erzählt, damit er sich auf die Suche macht und in Schwierigkeit gerät. Ich habe ihn bereits erwischt. Neville hat es auch geglaubt und ist ebenfalls drauf gestanden. Aber... Ihr bekommt alle drei eine Strafe für 50... Eine Strafe und 50 Strafpunkte für Hausquiffen da! 50 Strafpunkte für jeden! door 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 Sew door 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 Epic fail! Wir haben sowas von abgelost! Wir sind nun die letzten auf'm Sprung. Allerdings ist komischerweise hier Mr. Hufflepuff oder wie er heißt! Huffelpuffel ist übrigens ein neues Pokémon auch! Wir haben uns also nicht auf den dummen Namen von den neuen Pokémon-Horom-Reiten, ich weiß. Aber wir sind selbst unter dem zweitletzten irgendwie fast 50 Punkte zurück. 50 für jeden? Eure Strafe beginnt morgen Abend um 11 Uhr. Mr. Filch würde euch am Haupteingang auf euch warten. Geht jetzt wieder zurück ins Bett, alle. Ich habe mich noch nie dermaßen für Schüler von Gryffindor geschämt. Oh, Fail. Es hat nur einen Tag gedauert, irgendwie. Oh, das ist der schlimmste Tag in meinem ganzen Leben. Jeder weiß, dass wir 150 Punkte verloren haben. Sogar die Hufflepuffs und Ravenclaws waren sauer auf uns sein. Wir haben gehofft, dass wir das Lippen und Schlagen und den Hauspokal bekommen würden. Wir sehen uns unten. So, ein Fail. Na geil. Och Mann, ätzend. Aber das kann man auch nicht verhindern. Ich habe es x-mal probiert damals, aber es geht nicht. Gut, ich habe noch Off-Peppeltränke en masse. Mega-Power-Tränke ist eher mau. Ich würde gerne mal gucken, die Zutaten. Was sind die für die Mega-Super-Mega-Power-Tränke? Könnte ich eigentlich mal einfach nur mixen und davon eine riesige Menge herstellen. Eine Silberkasse habe ich. Wolfswurz, Tintenverspüren. Könnte man eigentlich alles mal sammeln. Musste es bloß finden, wo es das sein. Sammeln ist und dann... Kein Thema, aber ich glaube, das geht jetzt nicht. Ich muss da erst rein und da habe ich gar keine Lust drauf, weil das ist die Mission im verbotenen Wald. Nein, nein! Nicht schon wieder, bitte! Das hat sich nach Quillern. Oh mein Gott, was ist nun schon wieder los? Harry, steh doch nicht so aufmerksam rum. Murmel, murmel, grrrr. Ist ja schon gut. Ist ja schon gut. Ich sage alles. What the fuck? Wer ist hier? Es ist nur eine Person rausgerannt. Aber er hat mit jemandem gesprochen. Wer ist hier? Ah, niemand. Wie mysteriös. Wo sind wir hier überhaupt? Hey, da ist England! Oder sowas ähnliches wie England, denke ich. Ja doch, müsste von der Form her hinkommen. Übrigens, auf was ich mal hinweisen möchte. Ich weiß, das ist ein Creepy-Vergleich. Ihr werdet mich gleich dafür auslachen. Aber ihr erinnert euch vielleicht, ich habe immer Super Mario Land 1 gespielt. Da könnt ihr mal, wenn der Wii Upload denn irgendwann kommt, gucken. Es gibt da so ein Level, da kommen so komischen Faces auf dich zugerannt. Die sehen aus wie die Form von Großbritannien. Finde ich jedenfalls. Klingt creepy, ich weiß, aber ich finde, die sehen echt so aus. Oder ihr guckt auf dem alten Kanal, da könnt ihr das auch machen. Das ist Termine. Ich habe gehört, wie Quirrell mit jemandem gesprochen hat. Er schien Angst zu haben und es war keine Person da danach. Es war bestimmt wieder Snape. Ich glaube, er wird Snape verraten, wie man an den Stein kommt. Wir müssen zu Dumbledore gehen, das hätten wir schon längst tun sollen. Aber wir haben keine Weiser und eigentlich dürften wir ja gar nichts über den Stein und Fluffy wissen. Folgt mir. Ich wette, ihr überlegt euch die nächste zweimal, bevor ihr eine Schulvorschrift brecht, nicht wahr? Eigentlich überlege ich bis anderthalbmal, aber gut, ey. Naja, wenigstens hat auch Malfoy aufs Maul bekommen. Wirklich schade, dass sie die alten Strafen nicht mehr anwenden. Ich habe noch ein paar Ketten in meinem Büro. Was bist du für ein SM-Spaten, Alter? Haha, die Punkte sehen so miserabel aus. Guckt es euch an. Fail. Einfach nur Fail. Oh, leck mich. Echt, dafür habe ich jetzt gerade keinen Nerv. Und ehrlich gesagt auch keine HP. Toll. Wie sieht mein Level aus? Bin ich kurz vorm Level? Jo, okay, gut. Dann level ich ganz kurz ein Level ab und werde mich dann auf den Weg machen in den verbotenen Wald. Oh Gott, was für eine beschissene Idee eigentlich. Vermilius Tria. Joing. Flap. Reicht natürlich nicht, um ihn umzubringen mit One-Head, obwohl es schon die Tria-Stufe ist. So ganz übermächtig bin ich dann doch auch nicht. Ich habe auch nur bis Level 40 gelabelt, ist ja jetzt nicht so viel. Es geht immerhin bis satte Level 99. Was mir aufgefallen ist, damals noch beim Durchspielen, man kriegt mit der Zeit immer mehr MP und immer weniger DPs. Also, naja, Durchhaltepunkte. Irgendwann hat sich das so weit ausgeglichen, dass fast die MP auf demselben stand wie die HPs liegen. Wenn ich mich richtig erinnere, aber vielleicht erzähle ich euch da jetzt auch einen Bären. Sehen werden wir das wohl eher weniger, aber ich glaube nicht, dass ich bis Level 999 komme hier im Let's Play. Das wird einfach nicht nötig sein, um den Gutsten am Ende fertig zu machen. Mit ein bisschen Tricks rein, schafft man das auch schon früher. Ich würde gerne noch Items sammeln. Ist das noch möglich? Drücken mit Brennnessel. Was brauche ich nochmal? Tja, gute Frage. Wir haben so viele Punkte verloren. Das ist doch voll ätzend. Tintenfischpulver. Das weiß ich. Das gibt es rechts irgendwo. Wolfswurz, keine Ahnung. Tintenfischpulver. Können wir euch das anzeigen lassen? Fail. Nö, kann man nicht. Habe ich überhaupt alles? Das könnte ich mal ganz kurz gucken. Ah, ich habe keine Einhorn-Dingeln. Und ansonsten brauche ich irgendwie... Bermut? War es das? Ne, das hier. Ne, oder? Hey, ich merke mir die Zutat nicht. Wolfswurz, genau. Das ist so laut gerade. Wolfswurz. Wo gab es denn das nochmal? Wolfswurz war... Ach, das da. Hm. Damit soll man Werbe töten können. Dieses Text ist so lustig. Interessant. Eins war dieses Kraut weit verbreitet. Jetzt ist es jedoch nur noch in absoluter Wildnis zu finden. Blüten verwendet für Zaubertränkeblätter. Oh, giftig. Sie sind sehr selten, da man sie nur bei uralten Einhörern findet. Und selten abgestoßen werden. Oh, wie episch. Dabei findet man ja die eigentlich hier an irgendeinen entsprechenden Dingern übelst häufig. Gut, ich werde jetzt noch nicht, glaube ich, sofort in den Wald gehen. Ich werde mich hier noch ein bisschen umgucken. Weil ich noch gerne was einsammeln würde, was in die Richtung Wolfswurz geht. Es einfach, dass ich was habe um... Ach, leck mich. Was ist das für ein Feeder? Das kenne ich ja noch gar nicht. Erstmal flächendeckend was raufballern. Wurde schon passen. Hyperwave. 134 Cuticle down. Haha. Naja, ist ja nicht viel. Ach Gott. Wo waren diese... Steht hier nachts und wartet darauf, dass wir fliegen können? Ernsthaft jetzt? Das ist creepy. Das ist richtig creepy. Mann, lass mich in Ruhe, Alter. Mann. Alter, komm, lass mich in Ruhe. Gut, Freunde. Ach, nee. Part ist noch nicht wirklich lange genug. Aber ich habe auch keine Lust, euch heute zu zeigen, wie ich hier das Zeug suche. Käfer irgendwas auch nicht. Mist. Wo war denn das alles? Oh, das ist so breit verteilt. Das ist so ätzend. Wie weiß ich, dass hier irgendwo das Silberhorn wächst. Ach, hier ist das Tüten. Oh, das brauche ich auch. Gut. Kurzen Moment. So. Keiner gemerkt. Ich habe das jetzt ganz schnell aufs Ging gemacht, weil das muss ich euch ehrlich nicht antun, das ganze Gesamme hier. Wir haben jetzt, Moment, 31 Tüten bespulbar. Das ist für den Fall, dass wir es brauchen. Können wir es schmieden. Wow. Eine Double Wolke. Sieht creepy aus. So, mal überlegen. Was brauche ich jetzt noch? Also, das Wolfswurzengedöns und so ein Helmchen. Also, ihr wisst schon. So ein, so ein, so ein, so ein, nein, ihr wisst schon. Da so ein, genau, so ein silbernes Horn-Ding. Wolfswurz. Wo gab es denn den Krimskrams? Ach, Mann, das war doch, glaube ich, auf der linken Seite. Also, ich glaube, ich komme nicht an die linke Seite ran. Da lässt man mich gerade nicht ran, weil, ja, weil, warum? Wo war Wolfswurz? War das hier? Nee, ich glaube, hier waren nicht Dachelschweine, ne? Nee, hier war Schlankenzähne. Ah, doof. Wir waren hier irgendwo am... Oh, leck mich. Was seid ihr denn für Knirche? Nachts sollten keine kleinen Kinder rumlaufen. Bam, tschüss. Oh, nur einer gestorben. Wie die alle kein Damage reindrücken. Bam, tschüss, da rein. Haha, erledigt. Kaum Erfahrung, kaum Sickel, aber egal. Alter, lass mich bloß in Ruhe. Ich hab keinen Bock aufs Kämpfen. So. Und dann gleich nochmal. So, äh, hab schon geguckt, ich hab 42 davon gesammelt. Man wird halt immer besser mit dem Button Smashing, ne? Weil eigentlich muss man bloß nochmal Start, B, zweimal A drücken und dann geht's so weiter. Aber das sieht so kacke aus, weil da immer ständig Menü auf, Menü zu, Item, Menü auf, Menü zu. Deswegen mach ich das einfach alleine. So, mal gucken hier. Wieso Haarstein auch nicht? Mist. Hey, 300 grünen Knirche, äh, 200 grünen Knirche. Kannst du nicht mehr zählen. Dabei ist man auch nicht so spät. Oh, mir tut der Rücken langsam weh. Oh, ich muss mich mal anders hinsetzen, Moment, Freunde. Ich glaube, es wird die Musik ein bisschen leiser, weil ich jetzt ja zwischen Mikro und Boxen ein bisschen den Distanzgrad verändert habe. Wo ist jetzt Wolfswurz? Wo war denn das? Das war da aber auch hier irgendwo, oder? Ja, hoffe ich doch, ehrlich. Ich hab keinen Bock, dass es auf der rechten Seite ist. Äh, auf der linken Seite, weil da komm ich... Wow, wow, geil. 86 Quadical down. Ha, ha, ha. Das Spiel nutzt mich. Oh, hier unten rechts noch irgendwas? Hier ist noch was. Akonitum. Aber davon Hike ohne Schmeckler weg. Mal Zutaten gucken. Akonitum. Doch, Hike auch noch. So, mach ich mal jetzt kurz kurz ausquillen. Wir sind ja bloß ein paar Dichter einsammeln. So. Einfach mal so nebenbei eingesammelt hier. So, ja, hier ist halt das Silberne Einhornhorn. Oh, Mann, hier rennt man immer in die Viecherin, wenn man ein bisschen mal... ...ein bisschen speedet. Deswegen werde ich mal jetzt nicht speeden, außer entkämpfen, weil die nerven mich. Flap, tschüss, ihr Spasten. Turbillkill, zwei Karten, nice. Ah, Mann, jetzt müsste ich... Es tut mir jetzt echt leid, dass ich euch die Suche hier antun muss. Aber muss leider sein, weil ich will jetzt versuchen, doch wenigstens ein bisschen mal an Reserve. Oh, da ist es perfekt. Oh, hier ist alles auf der linken Seite, geil. So, und wie gesagt, Start B, ah, da kann man sehr gut sammeln. Bis gleich. Geht ja ganz schnell, da muss ich nachher allerdings sehr viel schnippeln. Aber da muss ich ja keine Video-Übergang einfügen, also ist alles cool. So, dann würde ich sagen, wir sind gewappnet, weil wir können jetzt jederzeit, denke ich, mit dem Topf da was klimbim machen. Ne, Silberkessel war das. Wir versuchen es mal, und zwar... Sekunde, Wolfsfurtz, was, neun? Ich hab nur neun davon? Ich hab doch mehr gesammelt. Ah, ihr seht, die Zahlen gehen nicht runter. Oh, hab doch mich jetzt aber erschreckt. Tintenfischrotze und, äh, natürlich Silbereinhorn und... Super-Mega-Power-Trank, epic. So, ich hab davon noch 30 oder so in petto, also alles easygoing. Heiß auf gut Deutsch, ich kann jetzt damit sehr viel Heilungsgedöns herstellen. Also gut, wir machen uns... Alter, leck mich, hau ab, du Spast. Lass mich die Viecher, ich mach doch nicht abfacken, nervt mich. Gut, Freunde, tut mir leid, dass ich jetzt kleine Sammle-Exkurs machen musste, aber ich glaub, das ist in dem Wald da sehr hilfreich. Außerdem ist das immer nur creepy. Oh, ich hab keinen Bock darauf. Oh. Wartet hier auf Hagrid und lauf bloß nicht weg, damit wird dir alles nur noch schlimmer machen. Dann werden wir ja wieder nachts unterwegs und wenn wir noch mehr Punkte verlieren, hab ich keinen Bock drauf. Oh, ein Wolf! Ach nee, deshalb muss der doofe Hund. Ha, kennt man natürlich. Abend, bereit, in den Wald zu gehen? Ich gehe nicht in diesen Wald. Du musst, wenn du in Hogwarts bleiben willst. Zeig mal! Sieg mal, das silbrige Zeug hier auf dem Boden ist Einhornblut. Irgendwo ist hier ein Einhorn, das schwer verletzt ist. Wir versuchen jetzt, das arme Tier zu finden. Was passiert, wenn die Kreatur, der diese Einhorn verletzt hat, uns zuerst findet? In diesem Wald ist nichts, was euch etwas zu leidetut. Tut, solange Fang und ich dabei sind. Bleibt auf dem Weg, wir teilen uns in zwei Gruppen und folgen der Spur. Toll, und wir können Hagrid ja nicht in zwei teilen. Ich gehe nur dort hinein, wenn ich Fang bekomme. Na gut, also gehen Harry, Hermine und ich in eine Richtung und Malfoy in Neville und fange in die andere. Und wenn einer in die Schwierigkeiten gerät, sendet er mit seinem Zauberstab voll rote Funken aus. Er sagt, wir sind nur mit ihm in Gefahr. Ey, das ist voll bescheuert irgendwie. Ey, echt? Oh, ich hab keinen Bock auf diesen Wald. Der ist doof, ich mag den nicht. Super auf Peppeltrank, ja, den brauche ich jetzt. Hier gibt's creepy Gegner drinne, aber nicht nur creepy Gegner. Man könnte theoretisch jeden Baum hier untersuchen. Weil ihr seht, manche Bäume sind so vorgehoben. Das heißt, die sind vor dem Nebelschleier, der durch den Wald hat. Das ist selber nur creepy, ich hasse diesen Wald. Vor allem ist die Mucke oder so, wie so... Und so, ne? Gut, Freunde, ich, passt auf, ich mach das jetzt im nächsten Part. Ich hab keine Ahnung, wie der langen Part der Part jetzt wurde. Theoretisch hab ich mich jetzt irgendwie nicht viel angestrengt, Freunde. Ach, komm, wir machen's einfach im nächsten Part. Bis dann wieder. Macht's gut, hau da rein. Tschüss, Skowski und ciao. Tschüss, Skowski und ciao.